Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Hier steht ein Geburtstagsgeschenk, das ich in Geschenkpapier eingepackt habe. Das ist ein Geburtstagskuchen mit vielen kleinen Kerzchen. Jede Kerze hat einen Docht. Happy Birthday heisst auf Deutsch, alles Gute zum Geburtstag. Heute ist der 26. Januar. Kleinen Moment bitte. Jetzt zünde ich alle Kerzen an, denn heute ist der Geburtstag von meinem Papa. Lieber Papa, alles, alles Gute zum Geburtstag. Bis später. Tschüss.